Freie Schminebau – alles rund ums Holzfeuer. Die grosse Ausstellung an der Landstrasse 46 in Wettingen ist für Sie offen. Genau hier können Sie eine umfassende Auswahl von Schminnes, Kachelöfen, Speicher- und Schmineöfen besichtigen. Designerfeuerstellen runden das Angebot ab. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit dem Schminnebauer zu sprechen, der seine ganze Kreativität und sein technisches Know-how in Ihr Projekt einbringen kann. Freie Schminebau wird von Matthias Freie geführt, wie schon von seinem Vater und seinem Grossvater, der den Betrieb 1943 gründete. Beste Qualität garantieren die Produkte der Firma Rüeg Schmine AG, welche von Freie Schminebau im neuen Rüeg-Studio präsentiert werden. Individuelle Beratung und eine umfassende Planung – schnell, flexibel und effizient umgesetzt, dank nur einem Ansprechpartner – für Neu- und Umbauten. Auch die Sanierung von bestehenden Anlagen nehmen wir in die Hand. Ökologisch und ökonomisch – Holz gilt als CO2-neutraler Energieträger. Es wächst vor unserer Haustüre und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der wohligen Wärme Ihres Ofens kann auch die Warmwasseraufbereitung ergänzt werden. Logisch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017